So Leute, da sind wir wieder. Wir haben wieder volle Munitionen und so ne Scheiße, aber wir machen das jetzt nicht noch mal. Wir machen jetzt die Missionen, oder? Aber es war kein Ausflug, war wieder gut. Er legte Vars' minde weg von ihm. Es ist er, der legt die Strings. Okay, ich werde vorsichtig sein. Okay, ein Tritt ins Fespennest. Ähm... Hallo? Hi. Weil wenn hier alles so dumm rumliegt, ja, dann wird das ja nix. Stell dir eine Feuerwehr hin und benutze sie, bevor du eine Explosion auslöst, um dich zu schützen. Wieso sollte ich eine Explosion auslösen? Ich werde jetzt erstmal hier das aktuelle Ziel festlegen. Und das wird nämlich das sein. Zuerst den Funktum da. Oh! Haben wir jetzt eigentlich unsere Fähigkeitenpunkte schon vergeben? Die ich gerade eben gemacht habe... machen wollte? Nein. Dann machen wir das. Die holen wir dann auch schnell. Oh toll, wie kommen wir da jetzt hin? Ah, da wollen wir uns umdrehen. Da oben ist gleich ein Auto. Sehr schön. So muss das laufen. Und das wird auch so gut sein. Gut, da ist auch so eine Hula Hula Frau wieder. Das war's, was wir hier haben, wo er die Wildness fand. Ist der da ganz oben? Scheiß, die Wand. Nein! Nein! Ha ha ha... Uhhh... Shit... Maybe Dennis knows more about Hoardy... Nnnnnnn Hey fuck, jetzt kann ich das scheiße noch mal machen... Hey, Dennis? Jason, was hast du find? The Vision led me to the man in white. Turns out he's a spy or something... Palti, frusse... I've never heard of such a man here on the island. Yeah, he told me about Vas's boss, Hoyt. Hoyt Vulcan. Stay away from him, Jason. You think Vas is crazy? All the evil on the island. It comes from Hoyt. He took Vas's mind away from him. Was? Ach so, das hat er mit dir. Aha, so haben wir also das Gespräch überflogen, mit dem wir einfach unter Wasser getauft sind. Was? Wird noch ein Fähigkeitspunkt dazu gekommen oder so? Nääää. Besteht wer das Auto wenigstens noch da? Nein, natürlich nicht. Das Auto ist natürlich auch weg. Wie, was? Jetzt muss ich da zu Fuß hinlaufen. Das ist doch scheiße. Wie soll ich da in Stealth reinkommen? Das ist doch scheiße. Ach, Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Alter, da hinten ist der Alarm. Aber muss da einer zum Alarm hinlaufen, ne? Ja. Komm schon. Oh, shit. Boah. Alter, Leute, hab ich mir erschreckt. Alter, what the fuck. Haben wir jetzt eigentlich zwei Stück? Boah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh Leute Die sind alle so dicht beieinander Die kriegen das so alle mit Bin ich denn lautlos auch bei dem Takedown? Ich habe jetzt Oh fuck ey Oh Gott Haben wir dich gehört? Ach du Scheiße. Du kannst das machen. Alter. Dieser hessigen Tiger ey. Fuck, fuck, fuck. Könnt ihr bitte wieder auf eure Position zurück gehen? Buss? Was ist das? Alarm deaktiviert, Alarm deaktiviert. Kein Problem. Nein, Hilfe. Oh Gott, das wird ganz schön werden. Alter! Shit, ey. Fuck. Hey, Dennis? Jason, was hast du gefunden? The vision led me to the man in white. Turns out he's a spy or something. Funny. I've never heard of such a man here on the island. Yeah, he told me about Voss' boss, Hoyt. Voss is boss. Stay away from him, Jason. You think Voss is crazy? All the evil on the island. It comes from Hoyt. He took Voss' mind away from him. It is he who posts the strings. Wow. Okay, I'll be careful. Alter, das kann nicht wahr sein, ey. Das kann nicht wahr sein. Das kann ich das nochmal machen. We'll be there in half a minute. Oh, scheiß Dreck. Hier schießt mich ab. Töte mich. Töte mich. We're coming in from their way. Töte mich. I'm... Nein.